Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Team Chaos Deluxe. Hoffentlich die letzte ohne Uwe, dass die nächste Folge wieder dabei ist. Aber für heute mit dabei die Astra, der Carsten, der Floh, der Lars, der jetzt geht, der Lukas, der Manni, der Michael, der Mod Micha, der Paul und der Uwe. Und ich häng fast im Zaun. Hallo. 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 Hi. Ich stoppe dann auch das andere Umwelberg. Ja, mach das. Genug Wiese ist auf jeden Fall da. So. Ich bin auf dem Weg zum Wendlaum, das ab dem Herde braucht. Ja, ja. Fehlende Grünland-Technik, damit haben wir aufgehört, ne? Ja. Wir gönnen uns jetzt mal einen Schwader. Schwader, genau. Ich bin auf dem Weg dahin. Genau. Dann gucken wir doch mal, was wir uns so gönnen können. Gönnen können, ja. Gönnen können. Wolltest du nicht gehen, Lars? Ja, ich hab doch gesagt, ich räume noch die Träger auf. Ach so, du räumst du auf. Verlass doch meinen Arbeitsplatz ordentlich, hallo. Ja. Gibt's denn was im Gebrauchtmarkt? Im Sale? Nö. Da gibt's nur ein Seitenmehwerk. Wir haben ja nur drei davon schon. Hallo, hallo, hallo. Nein, wir haben zwei. Ja, zwei. Verzeih. Was denn? Was brauchen wir denn so? Ja. Ein schönen Abend an alle noch. Jawohl. Hallo, tschüss, Lars. Was wollen wir denn haben? Also so drei Meter brauchen wir nicht mitkommen, ne? Nicht zweieinhalb. Tatsächlich, zweieinhalb wird's geben für 5.000 Euro. Den Krone? Den Spatronen, den Flor hat, äh, Florian. Ja, da ist mal was anderes, ne? Aber wir brauchen ein anderes Kennzeichen. So, Team... Das ist ja der Schweinehof. Chaos. Wo ist das S? Da ist es. Warte, Nö, für dich ist das was im Gebrauchtmarkt. Wieso, der Lindner Lintrack? Mhm. Mhm. Ja, soll ich dir was sagen? Dafür hab ich gesorgt, dass er da drin ist. Ja, gerade eben. Bin gleich da. Hast du dann einen verschärbelt? Ich hab meinen verkauft, beziehungsweise ich hab ihn ausgetauscht, weil der Lindrack ist ja auch in unserem Traktor-Package drin. Und ich hab den mit Logo jetzt und mit Blink-Blink und Sprüchen und so. Fährst du freie Hand oder fährst du VCR? Ich fahr freie Hand. Ich fahr die ganze Zeit schön im Kreis, weil... Okay. Ich, äh... Ich habe fertig. Mag natürlich nicht versatzen. Wie, du hast fertig. Ah, du hast fertig. Dann bringt der Sack kurz zum Hof und dann, äh... Next Mission durch. Geben ich die Mission ab? Jo. Oh, der Wattbitter ist wieder da, Junge. Links, Micha. Ihr habt eins Baumes gefunden. Nimm mit. Dann bist du schon da. Der war, der war, der war zu schüchtern. Hätte auch noch Astra gemacht. Den hast du gefunden? Das ist klar. Der gibt ja nicht so viel Geld aus. Ich. Schämen solltest du das. Uwe kann es nicht sein. Der ist nicht da. Ja, das stimmt. Normalerweise ist Uwe der Verdächtige. Ach, Vertretung oder was? Vergleiche, Name und so? Ja, ja. Ich versuche aber auch 100.000 damit zu verdienen. Hast du doch wenigstens deine Mission ohne Geräte angenommen, wie es gehört? Ja. Ja, schon. Riese Original. 8 FPS, 7 FPS, das kannst du keinem erzählen, Alter. Irgendwas stimmt bei dir nicht, Paul. Ne. Und mein PC schaue ich in seine Cojones, also ist überhaupt nicht ausgelastet. Gehen wir gerade 90 Millisekunden. Die MS, die schießen von mir, von bis hoch. Also ich habe MS 30 ungefähr und habe immer so 45 bis 50 FPS straight durch. Also bei mir läuft auch alles super. Bei mir ausnahmsweise auch. Und ich habe tatsächlich noch eine Rans Grafikrate da drin, die 1050 Ti. Ich kann ja nichts. Ja, die hat aber auch nichts mit den Millisekunden zu tun. Ne, meint ihr? Ne, aber mit den FPS. Ich habe es gemerkt. Ja, es tut mir leid, ich bin schon wieder weg. Muss ich hier rein? Bremsen Case, bremsen, bremsen, bremsen. Ja, ich muss 10 Kilometer eher rein. Fahr bitte nicht über den Werkstatträger, obwohl du auch kannst du machen. Kostet ja nichts. Aber ich kann nicht garantieren bei meinem Talent. Ne, äh, kostet ja nichts, wenn du über den Werkstatträger fährst. Du musst aufs Reichen. Genau. Weil der repariert nämlich auch Missionsfahrzeuge. Ja, Reparatur ist irgendwie hier komplett voll bei dem. Das ist gerade schlimm, ey, holy fucking moly. Piep. Piep, piep. Baby pieps. Oh, Junge, das kannst du keinem erzählen hier. Die Vogel ist erst, glaube ich, weg. 5 FPS und 430 Millisekunden, na ja, holy shit. Ich hab konstant 20 Millisekunden. Ja, ich bin so bei 25, 30 immer wieder. Also. Ich hab immer gerade einen Speedtest. Ist mein Internet kaputt? Hast du's gelöscht? Ja, ich hab mein Internet gelöscht. Also, wir können ja was Spaßhaber gucken. Los. Ja, ich hab auch so 45 FPS. Ne, ich habe meine Speedtest. Leucht mit 260 MB pro Sekunde. Komisch, wa? Komisch. Oh, wie ist mit dir, Alter? Beruhig dich doch mal. Mann. Kannst du rufen hier? Ich küsse immer noch einen Baum. Ich küsse gerade alles hier im Umplatz von 10 Metern. Oh. Wie fahr ich bei dir vorbei, Florian? Du fährst wie ne Schnecke gerade. Rucke ich oder wie? Ne, ne, ne. Du fährst ganz normal, aber wie ne Schnecke. Paul, die Schnecke. Ja. So, scheiß, Raffi. Leider saß mir jetzt hier ab und ich bin Bums hier ab. Ich hab's doch einfach mit der Mission mit ab, wir gehen, zählt ja wieder. Ja. Abschließend. Pauls 40.000 Euro sind in der Tasche. Komisch. Nicht komisch. Ich hab' noch nie gehabt, irgendwie so ein krasses Problem. Ja, es ist echt komisch in letzter Zeit, wa? Ja. Auch was die Challenge angeht. Da hatte ich... Mal haben welche... Mal hat mal Probleme, mal hat man keine. Dann hat der eine Probleme, dann hat der andere und... Das ist irgendwie... Die Challenge liegt bei mir halt immer so bescheiden wie die 2019er Kerne. Ja, so ein bisschen Robberbending, aber mal war's halt mehr, mal war's weniger, ne? Was hab' ich hier? Ich hab' für Warnings... Placements... Configuration Unpresent... And more Ignoring Disconfiguration Headline Management. Das sind nur Warnings, keine Errors. Aber du hast in dem Headlines Management, hast du Warnings? Ja, ich hab' noch was... Ja, ich hab' noch mal runter, was stand hier? Ähm... Für User, CML, Games, Farming Simulator 2022, Mods, Roster, Dix Bombs, Placeables, Deko-Vehicles... Wass ich, was mit den Deko-Vehicles zu tun? Einmal TGS18500XML und... ...MC18.XML... Mit den Deko-Vehicles? Für die, die am Handler stehen. Naja... Das ist schon interessant. Schick mir deine Lok doch bitte mal per Discord. Ja, sofort. Ja, nicht so... Muss nicht sofort sein, also... Ich schick dir eine Aufnahme. Genau. Ich will da mal reingucken. Das interessiert mich so ein bisschen. Vielleicht kann man dem Modder, dem Mad Max, das ja mal mitteilen. Vielleicht findet er ja raus, was das sein könnte. Und, äh... Kann dran arbeiten. Weil nur, wenn derjenige weiß, dass es Probleme gibt, kann er sie auch beheben. Ja, klar. So. Eigentlich macht es mir keinen Spaß, wie es aktuell läuft, zu machen, aber egal. Da fällt 6 bisschen grob an. Wieder in dem K-Steiger. K-Case. Du stehst auf große Geräte, wa? Was sagst du denn? Klein kann jeder. Heißt du, andere Leute würden sagen, der muss was kompensieren, aber... ein bisschen kackt, weil weißt du... Aber auch One-HE-S twenties, als ich mich und das muss steigern lassen... Mit dem Glück sagt er selber! Das beschwere ich doch nicht. Hast du dich doch beschwert, dass du zu langsam bist und jetzt bist du zu schnell? Nö, das ist mir... Eigentlich sollte ich nur 40 fahren können. Okay, jetzt fahr ich auch nur 40. Schade, wie übrigens gesagt. Jetzt geht's wieder, oder? Jetzt fahr ich 45, 46. FPS ist wieder in Ordnung, oder? Nö, ich hab immer noch 14 FPS. 50 Millisekunden. Hm, interessant. Nicht gut, nicht gut. MS schwanken bei mir aber auch ganz gewaltig. Meine Grafikkarte, die Doppel bei 10% rum. Naja. Jetzt wieder hoch auf 500, 600 MS. Das muss an euch Nordlichter liegen. Ja, muss. Nordlichter? Genau, gar kein Nordlicht. Wie? Von uns aus gesehen schon. Ja, aber... Ich hab noch keine Ahnung wie viel... ...100 Kilometer bis nach oben da. Ja, ja. Unser Kleiner hat nichts zu tun. Was machen die Ballen? Ich fahr grad die letzte Führung Richtung Bio-Dingsrums. Ich fahr grad die letzte Führung Richtung Bio-Dingsrums. Äh, wo soll ich das hinbringen? Ins Lager? Ins Silo. Das Gras. Oder lässt man den nochmal eine Runde fahren. Ja, das ist halt so... Oh, ich fahr das Silo. Also, ins Fahrsilo, ne? Ja, ins Fahrsilo. Du musst den Medrescher ausfahren. Ähm... Dann fahr ich den Radlader raus und dann kipp das da hin. Ja. Ist einfacher. Oder du lässt den Radlader da stehen und kippst das einfach in die Mitte. Weil so viel wird das auch nicht. Ja, stimmt. Das Fälle ist ja klar, ne? Machen wir so. Ich krieg einen Drehwurm. Ja. Bin ich irgendwoher. Und Micha denkt sich gerade, hm? Ich brauch noch drei Monate. Ich hab 33% schon hinter mir. Wie viel? 16. Wiii! Was hast du geschafft? Wenn wir das jetzt hochrechnen auf die Anzahl der Folgen, dann bist du noch ein paar Wochen zu Gange. Ja. Bin doch beschäftigt. Ich versuch' mir auch schon nie fragen, was für Arbeitsschock. Vorausschauend denken, ne? Ja. Oder wenigstens was zu tun. Das stimmt. Hi, Baum. Und mit der Einstellung, die ich jetzt hier laufen hab, brauch ich dem nichts zu kümmern. Ja! Kannst einfach daneben sitzen, ne? Genau. Kann in der Zeit andere Sachen machen. Kann natürlich noch gut zuhören, weil dir geschwätzt. Ja. Aber was wir auch können, ist, auf Wiedersehen zu sagen. Denn wir haben das Ende erreicht. Ja. Wir sind durch für heute. Und ich hoffe, in der nächsten Folge ist der Uwe wieder dabei. An dieser Stelle nochmal, wenn's, wir haben's total, haben wir's vergessen? Gute Besserung zu wünschen? Naja, wenn wir's vergessen haben, machen wir's jetzt noch, ne? Shame on us. Shame on us. Gute Besserung, Uwe. Gute Besserung, Uwe. Gute Besserung, Uwe. Gute Besserung, Uwe. Gute Besserung. Gute Besserung, Uwe. Gute Besserung. Gute Besserung.